Christian Morgenstern, die Behörde. Korf erhält vom Polizeibüro ein geharnischt Formular, wer er sei und wie und wo, welchen Ort er bis an heute war, welchen Stand und überhaupt, wo geboren Tag und Jahr. Ob ihm überhaupt erlaubt, hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt. Umgekehrtenfalls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde und darunter steht Barowski Heck. Korf erwidert darauf kurz und rund, eine hohen Direktion stellt sich laut persönlichem Befund und ich angefertigte Person als nicht existent, im Eigensinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet, wenn schon hin mit bedauernd nebigen Betreff, Korf. An die Bezirksbehörde in... Staunend liest's der anbetroffene Chef.